Willkommen hier zum zweiten Teil von unserem kleinen Football-Manager-Experiment, wo wir die Drittliga-Teams in die Erste tun und die Erstliga-Teams eben in die Dritte Liga. Und dann mal schauen, was passiert, ob wir da irgendwie eine neue Macht herstellen können oder zumindest ein bisschen Konkurrenz, indem vielleicht die Drittliga-Teams, aber auch die Zweitliga-Teams, die ja dann aufsteigen, ein bisschen mehr Geld bekommen. Und ja, in der ersten Folge, wer die nicht gesehen hat, da haben wir schon die ersten drei Saisons durchgemacht. Also da waren schon wieder Bayern, Dortmund und Leipzig oder Leverkusen, denke ich mal, schon wieder in der Bundesliga drin. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie ihr seht, wir sind im Jahr 2040 angekommen. Also wir sind auch mal ein paar Jahre in die Zukunft gesprungen und jetzt schauen wir einfach mal, wie die Bundesliga 2040 aussieht, nachdem man dieses Experiment gemacht hat. Und wir sehen, das ist auf jeden Fall die Siegerliste. Bayern ist weiterhin, ja, hier haben wir unsere einzigen beiden Sieger. Genau, Duisburg war 21-22. Dann ging es schon los mit Paderborn oder ging es weiter mit Paderborn. Und danach hat aber Bayern und Dortmund das unter sich ausgemacht. Wir können auch jetzt halt mal in die Tabelle schauen für die 2040-41-Saison, ob wir noch irgendeinen Drittligisten in unserer Liga finden. Und ich würde sagen, das sieht relativ, relativ schlecht aus. Duisburg. Duisburg ist der einzigste Drittligist, der noch verblieben ist. Ingolstadt nicht, St. Pauli nicht, Hamburg nicht, Hannover nicht. Das sind die ganzen Zweitligateams zwar, aber die kann man alle erwarten, dass die hier auf- und absteigen. Wir können mal kurz auf Duisburg schauen. Ah, Finanzen sind wackelig. Wie lief es denn so in den... Oh, aber Duisburg hält sich nur ganz schwer. Also, mehr Fahrstuhlteam geht fast nicht. Hier haben wir kurz den 12. gehabt, 238. Eieieiei. Eieieiei, wir schauen uns mal die Siegerlisten hier an. Oh, Paderborn hier mal Zweiter gewesen. Das wollen wir sehen. Oh, Paderborn aber auch reich unterwegs. Paderborn ist reich und ist auf jeden Fall... Ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall vier Sterne des Kontinentals angesehen. Sind ja hier Meister geworden. Danach ging es ein bisschen runter. Aber jetzt seit gerade den letzten Jahren haben sie sich wieder auf jeden Fall ein bisschen entwickelt. Da können wir auf jeden Fall auch mal schauen, wo sie da... Ob es da vielleicht international noch irgendwas ging. Die Titelsammlung sagt zumindest keine großen Siege. Aber sie sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. So, hier sind wir weggegangen. Ich sippe jetzt die Saison einfach mal kurz durch hier, damit wir da kurz schauen können. Wenn uns irgendwas Spezielles nochmal auffällt hier, dann sag ich das mal. Aber sonst hier, die Teams... Wenn man sich oben so umschaut, die Erstliga-Teams kommen einfach rein und verdrängen alles. Und alles steigt so nacheinander ab, würde ich sagen. Hannover, die sich hier immer mal wieder reinmogeln. Schauen wir auch mal kurz an. Sicher, ja, ja. Haben ein paar erfolgreiche Jahre gehabt. Haben auf jeden Fall profitiert davon, dass sie als einer der Ersten wahrscheinlich hier aufgestiegen sind. Danach ging es aber wieder gut bergab. Ja, und hier spätestens jetzt hat... Ja, hier sind nur noch wenige, wenige Teams. Lautern, Duisburg, Köln haben wir noch. Also, da ist leider nicht mehr viel übrig. Also, das geht relativ schnell. Ich hatte gehofft, dass vielleicht die so ein oder zwei Teams, so gerade die, die am Anfang die Champions League spielen können, dass gerade die sich dann ein bisschen etablieren können. Aber sonst, wir sehen hier in den internationalen Regen, Ingolstadt ist hier mal drin. Da können wir mal drauf schauen. Sind auf jeden Fall aber auch... Haben davon auch sehr, sehr gut profitiert. Also, sind immer hier in den Top Ten auf jeden Fall drin. Na gut, da ist mal ein Zwölfter drin. Aber sonst ist man hier auch mal Fünfter. Also, das ist schon nicht so schlecht. Paderborn hier mal Sechster. Aber sonst, wie wir sehen, Ingolstadt, Paderborn eben hier Zweiter. Also, so viel gebracht hat es dann im Endeffekt anscheinend nicht unser kleines Experten. Wir schauen mal in die zweite Liga. Ein paar Erstligateams vermissen wir schon noch. Da können wir mal hier jetzt schauen. Schalke sehen wir hier zum Beispiel, ist in der zweiten. Union ist in der zweiten. Mainz ist in der zweiten. Optik Rathenow ist in der zweiten. Okay. Mit denen haben wir ja eigentlich nichts gemacht. Aber sind instant nach dem Drittliga-Aufstieg in die zweite Liga aufgestiegen. Okay. Das ist natürlich auch interessant zu sehen, was allgemein diese Simulationen natürlich bringen. Bielefeld haben wir hier noch. Augsburg haben wir hier noch. Können wir auch natürlich noch die paar Saisonen zurückgehen. Hier sind wir rausgegangen. Und dann werden hier aber Leipzig und Nürnberg-Hoffenheim aufsteigen. Und da werden auch die Drittliga-Teams, die original Drittliga-Teams, werden auch natürlich ein bisschen weniger dann. Wenn ich hier jetzt irgendwas Spannendes natürlich übersehe, immer gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt euch das Video anhalten. Ich muss natürlich ein bisschen versuchen hier, das Video ein bisschen kürzer zu halten. Deshalb seppen wir die hier einfach mal durch. Hier aber zum Beispiel auch Vektor der Köln und Lautnern mit Darmstadt zusammen im Aufstieg. Da sind dann doch die Erstliga-Teams nicht mehr ganz so stark unterwegs hier. So. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwas Spannendes sehen. Ob wir hier irgendwelche großen Erstliga-Teams nochmal einpreschen. Eintracht Frankfurt, 16. nur. Ui, ui, ui. Die Eintracht hat es zerlegt. Da haben wir unseren ersten großen Verlierer, würde ich sagen. Eintracht Frankfurt, letzte Saison abgestiegen, die vorletzte. Und dann 13. in der dritten Liga. Eieiei. Eieiei. Da sehen wir den ersten großen Verlierer. Wen haben wir hier? Eintracht Stadt Allendorf. Entschuldigung, wenn ich es falsch ausspreche. Das Team, das sagt mir nichts. Ein Team, okay. Hat jetzt auch nichts mit dem Experiment zu tun. Aber ein Team, was angefangen hat in der Oberliga, in der Hessenliga, zum Anfang des Experiments, ist dann bis in die zweite Liga hochgekommen. Herrlich. Ich liebe es. Ich liebe es einfach nur. Wir haben zwar nur elf Punkte geholt, zwei Siege nur. Gegen Bielefeld und gegen Darmstadt. Aber trotzdem. Dafür liebe ich auch diese Experimente. Trochters und Assel. Auch in der zweiten Liga. Einfach auch genau deshalb, weil eben auch sowas rauskommen kann. 60 hier. Da war er 14. und danach im Jahr gleich mal schön dritter und Aufstieg. Nicht schlecht. Genau. Oh, Duisburg steigt dann jetzt hier wieder auf. Das stimmt, die waren ja Fahrstuhl-Team. Ah, genau. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Und dann haben wir auch die zweite Liga. Also wir sehen es. Duisburg. Der absolute Fahrstuhl hier. Dann schauen wir noch in die dritte Liga, ob wir da irgendwelche Vereine noch sehen. Hier müsste ja nämlich die Eintracht sein. 60er in der dritten. Aber die sind ja auch nicht in der ersten angefangen. Also war einer der Erstligateams. Bochum ist hier. Ich vermisse noch. Am Anfang hier war auf jeden Fall Werder Bremen. Die muss es ja dann komplett zerlegt haben, würde ich sagen. Heidenheim ist in der dritten. Aber sonst sehen wir hier nirgends. Haben immer, gut, ja auch Bayern und Dortmund haben wir am meisten gewonnen eigentlich. Mit den zweiten Mannschaften. Ähm. Wo sind wir rausgegangen? Hier müssten wir rausgegangen sein mit dem Aufstieg von Leipzig. Dann schauen wir doch mal. Eintracht und Union steigen dann auf. Mainz und Stuttgart. Genau. Und hier haben wir Bremen nochmal. Die absteigen. Und die sich auch in der Regionalliga halten. Im Moment. Sind hier abgestiegen. 26, 27. Und danach ging es in der Regionalliga Nord zwar immer, immer recht hoch dabei. Jetzt hat am Ende ein Zehnter Platz nur. Sonst aber immer relativ gut dabei, aber nie den Aufstieg zurück geschafft. Also mit Werder Bremen haben wir unser erstes prominentes Opfer, sag ich mal. Die es im Endeffekt wirklich komplett, komplett zerlegt hat. Die auch hier nicht mehr hochkommen werden. Wo ist Greuther Fürth gelandet zum Beispiel? Ist auch in der Regionalliga. Waren zweimal Zweiter jetzt hintereinander. So, was gab es hier? Neun Punkte Abzug für Halle. Schalke und Bielefeld. Man sieht es hier. Gerade die. Oh ja, Bielefeld. Bielefeld können wir uns auch mal anschauen. Oh ja. Da ist Fahrstuhl in alle Richtungen. Also von der dritten Liga bis zur Degonalliga wieder hoch in die zweite Liga. Da ist einiges dabei. Bei Bielefeld. Aber sonst so richtig die großen Bochum, sehen wir hier, die hier auch mal in die Regionalliga kurz reingedeift sind, aber sich trotzdem sonst eigentlich relativ gut schlagen, sagen wir mal. Schauen wir natürlich hier größtenteils nur auf die Absteiger jetzt. Es hat Schalke, die hier auch mal wieder absteigen, dann aber auch bald wieder kommen. Genau. Und dann wieder gleich wieder aufsteigen. Wir können auch kurz auf Schalke schauen. Die sind hier. Uiuiui. Da haben wir eine schöne Achterbahn haben wir hier. Da haben wir eine schöne Achterbahn bei Schalke. Genau. Und dann sind wir hier auch durch. Champions League würde ich auch gerne schauen, aber... Also können wir natürlich auch schauen. Aber ehrlich gesagt ein bisschen belastend, sage ich mal, weil wir können gar nicht auf so eine Saison schauen, sage ich mal, wo jetzt hat groß jemand von unseren Teams, die wir hier haben wollten, eigentlich weitergekommen ist. Also wir werden hier nicht sehen, dass hier auf einmal steht, Paderborn hat das Ding gewonnen. Allgemein kaum deutscher Sieger. Bayern hat das hier einmal gewonnen. Wir können auf die Saison 38-39 schauen, weil da müsste doch Paderborn dabei gewesen sein. Bayern, Hertha, Dortmund, Leipzig. Oder sind wir jetzt in der Saison zu spät? Oder zu früh? Leipzig? Dortmund? Hertha? Bayern? Hä? Paderborn war doch in der Champions League. Paderborn war doch Zweiter irgendwann mal. Das will ich jetzt schon auch rausfinden, weil das wäre so das Einzige, wo wir jetzt da drauf schauen können. Hertha, die hier auch immer mit Champions League spielen. Gladbach. Wann war Paderborn denn jetzt dabei? Oder übersehe ich jetzt was? Wir springen nochmal kurz zurück in die Bundesliga. Das war doch hier 38-9. Hier. Hier waren wir. 37-38. Das heißt 38-39 müsste eigentlich 38-39. Hier müsste Paderborn gerade sind sie doch. Ein Sieg haben sie geholt. Gegen Besiktas immerhin 1-0. In Paris sind unentschieden und mehr. Ging dann auch nicht. Euroleague. Schauen wir da. Habe ich vergessen, die richtigen Namen reinzutun, ob wir da den deutschen Sieg haben. Hier war ja doch immer mal wieder Ingolstadt zum Beispiel so dabei, wo man drauf schauen könnte. Hertha hat es mal gewonnen, Bayern hat es gewonnen, Leverkusen hat es gewonnen. Aber auch hier sehen wir sonst keinen von unseren Teams. Ertha hier mal wieder, Bayern hier mal wieder. Es ist eher die deutschen Teams schon. Also ich glaube, wenn wir hier in die Conference League runter droppen, vielleicht sehen wir hier jemanden. Leipzig hat es gewonnen, Leverkusen hat es gewonnen. Aber sonst, doch hier haben wir Paderborn. Ah, sogar in dem deutschen Finale. Sogar in dem deutschen Finale. Gut, Paderborn ist nicht aus der dritten Liga gekommen, aber immerhin aus der zweiten. Also ich sage mal, Paderborn ist der Klub, der am meisten profitiert hat von diesem ganzen Spaß hier. Sie haben sich eine Meisterschale geklaut. und sind immerhin einmal Vizemeister geworden in der Conference League. Ich würde sagen, das ist nicht so schlecht. Es gäbe noch so viele Sachen, glaube ich, die man hier nachschauen könnte, weil das einfach super spannende Safe Hiles sind. Also kann ich nur jedem empfehlen, es vielleicht mal nachzumachen. Eventuell, eventuell natürlich die Safe Hile auch in die, irgendwie auf Steam, glaube ich, kann man auch so Safe Hiles hochladen. Dann kann man sich die selber runterladen und da ein bisschen schmökern, wenn man möchte. Ja, somit würde ich sagen, hat Paderborn, also insgesamt hat Duisburg wahrscheinlich das Experiment gewonnen, weil die eben aus der dritten Liga, die konnten sich, würde ich sagen, die längste Zeit in der ersten Liga halten. Danach eben Paderborn, die da auch von der zweiten Liga kamen. Ach, Schalke haben wir uns schon angeschaut, genau. Sollte ich noch die, die Löwen wollen wir noch anschauen, da schauen wir auch, die haben sich auch relativ lange in der ersten Liga gehalten, sind dann aber wieder in die zweite und eben dann in die dritte abgerutscht. Also wie gesagt, hier gibt es einiges zu sehen und da würde ich sagen, gehen wir dann ins nächste Projekt über, wo wir dann den Bundesliga-Teams die nächste Challenge stellen und diesmal nicht nur den Bundesliga-Teams, sondern auch den Zweitliga-Teams, denn wir verfrachten die Bundesliga, Zweitliga und so viele Drittliga-Teams wie möglich in die Regionalliga. Die können wir ja schön aufteilen und dann schauen wir nämlich mal, weil dann sind nämlich erste, zweite und dritte Liga sind ja nur Regionalliga-Teams. Das heißt, wer aus der zweiten Liga aufsteigt in die erste, ist nicht besser eigentlich als die Erstliga-Teams. Das heißt, hier könnten wir schauen, dass wir da ordentlich was zusammenkriegen eventuell, dass wir da vielleicht ein bisschen besseres Ergebnis im Endeffekt bekommen. Wir werden sehen, das machen wir auf jeden Fall im nächsten Experiment. Ich würde aber sagen, wenn das Video ausprobiert hat, lasst ein Like, einen Kommentar und im besten Fall natürlich noch ein Abo. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder im nächsten Experiment wieder im Football-Manager. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin. Servus.